wunderschönen guten abend aus kärnten heute wieder mit unserem kampf produzenten mit gern und wir werden heute wieder spannende themen behandeln unter anderem auch neue produkte die wir jetzt der eine oder andere hat es ja schon gesehen dass wir neue produkte schon online gestellt haben auch und wir haben ein wunderschönes paket das hat schon vorbereitet am shop das werden wir heute noch freischalten da muss ich dann noch die versandkosten was fragen ob das das gleiche ist oder ob da andere versandkosten sind weil das ist nicht aktiviert aber das werden wir heute werden wir heute aktivieren dabei du redest wir das da im hintergrund machen ja ja also das heißt wir haben jetzt man haben ja die kooperation gestartet im dezember war das kurz vor die weihnachten also ist ja noch eine ganz jungfräuliche frische kooperation die wir da haben und trotzdem haben wir schon eine wunderschöne palette von tollen produkten jetzt da auf die der er noch jetzt noch näher dann eingehen wird auf jeden fall ist auch schon etwas bestellt worden das heißt die ersten haben bereits schon die produkte erhalten und haben vielleicht schon die eine und die andere erfahrung damit macht das heißt wir können heute auch danach dann auch noch eine kleine fragerunde dann machen damit man dann auch direkt von der quelle sozusagen die eine oder andere frage beantwortet kommt ja und zuerst einmal zu beginn ja gern was hat sich so getan jetzt in den letzten wochen seit wir das letzte mal das interview gehabt haben was was gibt es neues von meiner seite was macht ihr jetzt im winter weil wachsen wird momentan nicht so viel also was passiert jetzt gerade momentan also es ist nicht so dass man nur im frühjahr im sommer und im herbst dann die arbeit hat sondern auch im winter wird dann nicht langweilig vor allem die produktkreationen das muss ja jemand machen ja entwicklungsforschung ja und ja vielleicht fangen wir mal an also wir haben ja wie gesagt gestartet mit dem wunderschönen cpd öl und da gibt es ja die die das 10 prozentige was man derzeit drauf von 10 milliliter und dann natürlich die steigerungen was man derzeit schon im shop haben und es ist ja auch geplant dann stärkere dosierungen auch noch zu bringen ja und vielleicht kannst du dazu was sagen weil es haben ja schon leute gefragt was was würde es bringen wenn man jetzt stärker also mehr als 10 prozent jetzt wenn man höher geht man kann ja glaube ich bis zu 50 prozent sogar gehen ja und was würde das für einen sinn machen was was würde das bringen weil viele haben gefragt ja brauchen wir das oder wann kommt das oder was können wir machen also ganz als erstes für diejenigen die aus deutschland zuschauen in deutschland haben sie die grenzwerte jetzt wieder runter auf 30 prozent setzt für cdl aha das heißt bis 30 prozent in österreich darf man in österreich 50 und in deutschland 30 prozent okay da wir derzeit nur das 10 prozentige haben ist das jetzt nicht das thema aber dass man für die zukunft wissen wenn man mit höhere dosierungen fahren deutschland darf 10 30 prozent haben ja und wir updaten uns mit der gesetzeslogge österreich deutschland jeder woche ausgezeichnet wir werden anbieten cdw bis zu 30 prozent jetzt als nächstes das 20 prozentige cdöl ist dafür da damit man mit dem cdl länger auskommt und damit man eine höhere wirkung hat in rot tropfen also in weniger menge hohe wirkung bei der einnahme und alles was über 20 prozent cd beinhaltet ist dann wirklich für autoimmunkrankheiten für schwere schmerzen also das sollte dann auch immer erst also zuerst mit dem doktor abgeklärt werden weil alles was 20 prozent cd gehalt übersteigt kann die wirkung von medikamente beeinflussen wenn jemand schon medikamente zu sich nimmt okay das ist also zu klären weil man hört ja manchmal wenn also bei mir war es am anfang so wie ich das erste mal das jeden tag genommen habe ja da habe ich auch so ein brennen gespürt ja das ist damit der zeit und wegbläsen aber aber die ersten glaube ich zwei wochen war das richtig also ich würde sagen aggressiv aber aber ich habe das doch gespürt das brennen dieses brennen kommt hauptsächlich davon dass da also das kommt durch erhöhte entzündungswerte im körper die entzündungen liegen überall im körper und das öl brennt das ist ein zeichen für hohe entzündungswerte werte und es brennt so lange bis das cbd es geschafft hat es kann an bis zwei monat dauern dass die entzündungswerte sich senken und dann hört es auf zu brennen aha das heißt das ist ja eigentlich ein positives zeichen wenn man eine extreme wirkung hat eigentlich weil viele schreien das dann ab und die sagen was stimmt da nicht oder hin und her also hast du von anderen dingen vielleicht auch schon was gehört nochmal das hast du noch irgendwelche beim öl wenn man das wirklich täglich nimmt was gehört schon einmal von deinen anderen kunden wir haben es ja noch nicht so lange da gibt es noch nicht so viele erfahrungswerte jetzt ja also wir haben erfahrungswerte haben wir sehr viele nebenwirkungen haben wir keine außer mit also cbd über 20 prozent da haben wir nebenwirkung kommt mit also das blut hat sich immer weiter verdient da ist zum aufpassen unter 20 prozent passiert nichts und ja also wir haben uns unter 20 prozent ist noch nie in den wirkungen kommt und über 20 prozentige eigentlich auch nicht bis auf das ok gut das muss jeder selber dann im gefühl haben wie weit es jemandem gut tut und wie weit es passt ja genau also da können wir auch keine empfehlungen geben also bis für heilig medizinisch das gibt ok und wir haben ja jetzt noch dem cbd öl die hamfcreme die noch ganz kurze zeit jetzt noch dazu geschenkt wird ja wir haben sie aber schon am wir haben sie aber schon drauf am shop man kann sie auch schon zusätzlich kaufen wenn man mehrere stücke haben möchte und das die aktion wird jetzt demnächst dann bald einmal enden und die hamfcreme also da habe ich die hamfcreme die haben die hauptsächlich dafür entwickelt um die haut feucht zu halten um die haut zu schützen vor äußeren füßen weil sie bildet der schicht an der oberfläche aber keine fettige schicht sondern schutzschicht an der oberfläche die schützt und sie reduziert folgen das haben wir da haben wir sehr viel feedback ja also das ist schon ordentlich also ich bin nicht befugt ich bin jetzt befugt darüber zu reden aber wir haben es sind auch sehr viele hautkrankheiten damit massiv gelindert worden ja also ich hab's ich hab's gesehen und ich hab's ja das eben gesprochen dass vielleicht da so eine art emulsion oder so noch kommt also eine verdünnung oder so dass man das speziell jetzt für diese bereiche auch noch besser einsetzen kann die künstler bereiche ja sehr gut ja dann haben wir die die baumpech salve das ist ein neues produkt das wir auch jetzt drauf haben wir haben das im newsletter schon angegriffen gekündigt und auch im telegram kanal ja kannst du ein bisschen was erzählen zur baumpech salve wie das geerntet wird und was da der hintergrund war wie seid ihr auf das kommen was kann man damit machen ich bin auf die baumpech salve gestoßen durch den fertighaus bauer erwin thoma und diese salve wird hauptsächlich eingesetzt bei wunden bei pilzer das ist sie wirkt fungizid ist antiviral also aber wenn man sich die hände zum beispiel damit einkriegt gibt es keinen virus mehr und ja diese dieses baumpech wird direkt bei uns im wald geerntet nur das was natürlich aus den bäumen rauskommt also welche bäume werden da bevorzugt oder alle nadelbäume aber hauptsächlich lerche weil das war schon die frage ja ok und da kann man sich vorstellen da muss man ja relativ lang suchen bis man genug benannt hat also es sind zwei drittel lerche dann ist kiefer und dann ist ganz wenig pflichter pflichter dient aber nur den geruch aha ja und und gibt es da also ich habe gemerkt wenn man zum beispiel sich verletzt und man hat eine wunde die sehr stark schmerzt ja also ich habe das bei mir halt probiert habe ich es drauf geben weil ich da rüber geflogen bin und das hat wirklich sehr schnell also wirklich der schmerz hat extrem schnell nachgelassen und ich glaube wenn man sich zum beispiel so ein sparen beim feuerholz machen einzieht und sagen kann man das auch die baumwerksalbe hat sehr starke zugwirkung das bedeutet ein sparen in der haut wird binnen zwei drei tage aus der haut ausgezogen und die zugwirkung hat noch ein vorteil sie verhindert dass die bakterien in einer wunde tief eindringen in die haut ok das ist auch gut ja das ist super und sie schließt die wunde ja und komplettes naturprodukt also da ist überhaupt keine chemie oder irgendwas dabei sondern wirklich komplettes tolles naturprodukt ja wunderbar sehr schön dann haben wir ein weiteres produkt also dass wir jetzt seit kurzen in drei verschiedenen varianten drauf haben das ist dieses wunderschöne bäckchen das ist der cbd-hamfblättertee ja und das sind drei variationen ja kannst du dazu etwas berichten wie wird das hergestellt was war die idee dahinter und ja und warum drei variationen ja der cbd-hamfblättertee wird also meistens wird cbd-tee auch wenn es cbd-blütentee genannt wird das sind reine hamfblätter und bei uns ist es so wir haben gesagt wir wollen in unseren in unseren cbd-tee auch cbd-blüten dabei haben und deswegen haben wir bieten wir drei variationen an nämlich mit 10 prozent 20 prozent weil einfach in der blüte steckt viel mehr cbd als im blatt viel mehr terpene und 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 du hast ja auch schon erfahrungsberichte mir erzählt weil ich habe es ehrlich gesagt erst heute gekriegt ich habe es noch nicht probiert man soll soll den d eher abends dann trinken oder so oder wenn man schlafstörungen hat kann das auch ganz gut sehr hilfreich sein wir hatten einen gast zu hause er hat eineinhalb zwei tassen hamfdee getrunken mit zehn prozent blütenanteil und der ist nicht mehr nach hause gefahren dann muss das nicht auf die couch legen also er hat wirklich dann einen drang gehabt jetzt zu schlafen ordentlich ja und wahrscheinlich hat er schlafmangel gehabt und der d hat das dann hat dann einfach bewirkt okay weil der cbd bringt dich ja immer in der mitte wenn du wenn zu viele botenstoffe von irgendwas ausgeschüttet werden oder zu wenige dann bringt cbd das wieder in die mitte wieder ins gleichgewicht ok und kannst du kannst du uns verraten von der menge jetzt weil in so ein päckchen haben wir jetzt da 30 gramm drinnen ja und wenn man jetzt alleine so ein tee trinkt weil das ist jetzt nicht in einem säckchen abgepackt so ein t-beutel oder so wie viel soll man da verwenden also je nach geschmack also dieser tee der wird sehr schnell sehr stark im wasser das muss man am besten ausprobieren der eine mag stärker andere wie lange ungefähr also ein richtwert soll man das sehen leute also ein teelöffel in einem viertel liter wasser und lass das dann fünf minuten ziehen und das ist dann schon recht stark an teelöffel und es ist sehr wichtig dass man zum tee ein schluck hamsamen öl dazu gibt weil das cbd im tee ist öllöslich das will sich mit dem öl verbinden dadurch wird es noch besser ausgelöst und die wirkung ergibt sich zu dem komme ja erst noch das kommt das ist ja produkt das wir jetzt dann auch dann genau online stellen werden ja zum öl ja vielleicht kannst du gleich zum öl noch was erzählen was was beim tee noch sehr interessant ist der hanf hat ja auch so was im hanf tee drin ist was im öl nicht drin sind wasserlösliche stoffe unter anderem alkaloide alkaloide sind laut wissenschaft schlecht für menschlichen körper also für die gesundheit aber im hanf tee sind alkaloide drinnen was ist alkaloid alkaloid ist ein radikaler stoff der den körper eigentlich negativ beeinflusst laut wissenschaft aber der hanf ist eine pflanze der einen alkaloid beinhaltet das parasiten tötet weil das schlecht ist aber ohne unsere gesundheit anzugreifen und das ist sozusagen im tee genau das ist ein messerlöslicher stoff im tee der im öl nicht enthalten ist ausgezeichnet ja also es gibt ja viele tee fans die 17 uhr tee oder 5 uhr tee ich sag mal dazu dann gerne trinken und das einmal mit dieser mischung und also ich bin wirklich sehr gespannt auch gell und meine tochter freut sich auch schon drauf die drei sorten jetzt das heißt es wird also einfach intensiver weil ich kann noch nicht aus erfahrung sprechen wenn ich es nicht probiert habe aber weil da gibt es ja die exklusive und die premium genau ja also die wirkung ist ganz anders als bei cbd öl weil eben wasserlösliche stoffe noch dabei sind ganz gezeichnet ja ein riesen spektrum an wasserlösliche stoffe wunderbar ja das hört sich einmal gut an damit wir jetzt vielleicht einmal ein paar fragen zulassen jetzt schon zu diesem zwischenthema wir haben jetzt die des die baumpech salve das cbd öl gibt es einmal zu diesen themen bis hierher fragen wo ihr sagt okay das interessiert euch jetzt bevor man es vergisst dass wir kurz eine ein paar fragen auch beantworten können ihr könnt die hand heben digital da drinnen im system oder ihr könnt euer mikro das freigeben einfach aktivieren und dann fragen da hat jemand die hand oben ja das ist ein laden wer hat denn da die hand oben sehe ich jetzt nicht so hat das mikro offen der fritz hat das mikro offen ja fritz eine frage von dir hallo 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 ja was gibts du hast eine frage oder nein nein ich nhàgern Das Pechsalbe ist sehr gut. Ich mag es nämlich sogar auch selbst besitzen. Ich bin sehr interessiert gewesen, was bei unseren oder bei euren Pechsalben ausdränglich ist. Und da habe ich festgestellt, dass ihr sehr viel Lärchen Pech habt und das finde ich sehr gut. Und ich kann da jeden empfehlen, der Schmerzen hat und das Gelenkgesicht hat, Pechsalbe verwenden, hilft hundertprozentig. Sehr gut. Hast du das gleich ausprobiert jetzt schon in der kurzen Zeit? Nein, ich habe es schon länger gemacht. Meine Frau hat es schon früher gemacht, das Pechsalben. Und jetzt bin ich ganz interessiert, wie unser Pechsalben gemacht wird. Und da habe ich gehört, dass ca. 70% Lärchenhaut drinnen ist und ein bisschen was Fichte. Und glaube ich, Dani hat es gesagt. Und das finde ich super. Und ich kann es dir jedem empfehlen, was man nicht kennt. Einfach verwenden, haut super hin. Sehr gut, super. Vielen Dank. Der Manuel hat auch eine Frage. Manuel, komm rein. Hallo, grüß euch. Und zwar hätte ich gerne eine Information wegen dieser Prozentangabe. Wie versteht es Ihnen diese? Weil es geben ja viele CBD-Hersteller in Milligramm oder in Gramm an. Wie ist da die Umrechnung bzw. auf was bezieht sich diese Prozente? Die Milligramm-Angaben sind einfach, also Milligramm-Wirkstoff pro Milliliter Öl. Und wir geben das einfach in Prozent an, weil das ist einfacher zu verstehen für die Leute in Prozent. Im Endeffekt ist das aber das Gleiche. Also man kann so rechnen, auf 10 Milliliter Öl sind 1000 Milligramm-Wirkstoff drin und das sind dann 10 Prozent. Okay, weil ich jetzt mit einigen über das auch diskutiert und geredet habe und die sagen, dass die Prozentangabe normalerweise sehr, sehr schmammig ist. Auch vom Führer und dem CBD-Hersteller, die geben alles in Milligramm an. Das ist ein bisschen irritierend. Ja, aber das ist bewusst, glaube ich, so gewählt, oder? Das haben wir bewusst so gewählt. Milligramm kann sich jemand vielleicht weniger vorstellen als Prozent, weil 10 Prozent sind von 100. Milligramm ist grundsätzlich ja die Pharmazie-Angabe. Du rechnest alles auf Milligramm, egal in was für ein Medikament du nimmst, egal was für ein Heilmittel du nimmst, ist immer eine Milligramm-Angabe. Und da ist halt jetzt in der Situation einmal die Prozentangabe. Genau so ist es. Wenn das eins zu eins Umrechnung ist auf Milligramm und Gramm, dann sagen wir, okay, dann versteht man das. Aber grundsätzlich ist immer das Hauptargument von diesen Herstellern, die generell immer auf Milligramm-Angabe sagen, nehmt kein Produkt mit Prozentangabe, weil da ist die Angabe sehr schwammig. Es ist nicht aufgeschlüsselt in Milligramm-Angabe, beziehungsweise die Prozentangabe immer von was. Und das muss halt definitiv umstehen. Und ich glaube, das wird schon umstehen, von was diese 10 Prozent gerechnet werden. Ja, also wir haben uns für die Prozentangabe entschieden, weil eben sich viele unserer Kunden unter der Milligramm-Angabe nichts vorstellen haben können. Und das Zweite, was ist, man kann ja nicht, also logistisch gesehen kann man nicht jeden Milliliter, den man extrahiert, im Labor überprüfen lassen, sondern da gibt es ja nur Stichproben. Und in jedem Extrakt gibt es natürlich Schwankungen. Und das ist auch der Grund, ich meine ganz geringe Schwankungen, und das ist auch der Grund, warum wir uns nicht auf die Milligramm festlegen, weil wir sind ja kein medizinisches Labor oder Pharmaindustrie, die exakt fraktionieren können. Ja, dann habe ich noch eine Frage, was gibt es denn, Harry, damit er eigentlich gesund wird, weil der schnuppt schon seit einem halben Jahr. Also mittlerweile geht es für mich wieder super. Also ich war jetzt wirklich, also verschnuppt war ich wirklich sehr lange. Vielleicht hört man es noch bei der Stimme ein bisschen, aber ich bin mittlerweile schon wieder, also topfit. Guten Tag, ich warte auf Nächte offen. Ist deine Frage beantwortet, Manuel? Passt, perfekt, danke. Ist alles beantwortet, ja, passt. Danke dir. Ja. Dann nehmen Thorsten rein. Thorsten aus Berlin. Wir haben ja heute schon ein tolles Meeting gehabt mit ein paar Leuten von dir. Ja, super. Hallo an euch alle. Hört man mich, weil ich im Auto unterwegs bin? Ja, ja, sehr gut, ja. Okay, super. Ich wollte nur wissen, was für ein Bindemittel dazu eingenommen wird für die Creme im Teil. Manchener macht es ja mit Kokosfett, aber das ist ja unten ein anderes Bindemittel. Bindemittel in unserer Hanfcreme? Genau. Unser Bindemittel in der Hanfcreme ist Binnenwachs. Ah, cool. Also Propolis sozusagen so ein bisschen oder so. Kann ja nur gut sein, wa? Binnenwachs. Ja, und natürlich von einem Bio-Inka. Mein Cousin macht das selbst. In der Familie. Ja, die meisten fragen mich schon, ich sehe schon zehn Jahre jünger aus. Nee, aber super. Bekommt mir gut. Wollte ich bloß mal wissen. Das war eigentlich schon alles. Und liebe Grüße an alle. Danke, Torsten. Ausgezeichnet. Tschüss. Tschüss. Ja, dann haben wir den Sachsen-Andreas aus Sachsen, nehme ich an. Jawohl, hallo. Grüß euch. Hallo. Ich sitze im Zug. Ich bin ganz begeistert von dem CBD-Öl. Ich schlafe seit der Zeit richtig toll wie ein Murmeltier. Also ich bin absolut begeistert von diesem Produkt. Ausgezeichnet. Hast du das schon, das zehnprozentige, also zehn Milliliter, nicht für das CBD mittlerweile? Seit Dezember, seit 28. Dezember, seit einem Monat. Täglich, ja. Ja. Du schlafst jetzt, du kannst besser schlafen sozusagen? Also hast du Schlaf-Dirgin gehabt vorher? Ja, das ist ein richtiges Problem. Also ich habe manchmal vier Stunden die Nacht geschlafen. Und jetzt schlafe ich so sieben Stunden und ziemlich gut. Ausgut. Toll. Ausgezeichnet. Wunderbar. Vielen Dank. Hast du sonst noch eine Frage? Bei der Bestellung, gibt es da auch Provisionen, weil das nicht gut geschrieben wurde? Ja, das Provisionssystem, aber das ist ein guter Hinweis. Vielleicht machen wir wieder mal eine eigene Schulung über das System. Denn ihr wisst ja, bei uns wird 30 Prozent der Marge als Direktbonus ausgeschüttet, ja, auf fünf Ebenen. 19 Prozent gehen in die Units rein und 11 Prozent gehen dann in die Töpfe. Aber das würde ich heute den Rahmen sprengen, weil das wäre ein eigenes Thema, dass man da ein eigenes Thema drüber macht, das Schulungsprogramm. Aber selbstverständlich fließt die Provision da natürlich rein, ja. Weil die noch nicht gut geschrieben ist. Der Torsten kann das eh gut erklären, ja. Torsten, magst du das bitte, ja? Ja, ja. Das Provisionssystem jetzt erklären. Nein, nicht jetzt. Nee, ich wollte gerade sagen, es spricht im Rahmen. Nee, aber erkläre ich gerne, ja, sehr gerne. Ist mir eine Ehre. Okay, danke schön. So, dann haben wir den Raimund. Hallo, Raimund. Hallo, grüß dich gerade. Versteht ihr mich? Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Ja. Ja, wunderbar. Dann grüße ich erst mal den Sachsen-Andreas, unseren Freund aus Zyplitz. Grüß dich, Andreas. Also, das, was Andreas sagt mit dem Schlafen, können wir von unserer Seite bestätigen. Unsere ersten drei Fläschchen Hanföl sind ja schon durch. Die nächsten zehn sind auch schon hier bei uns im Hause. Also, das funktioniert sehr gut. Eine Frage dazu, die ich hätte. Vitamine, Fragezeichen. Vitamine sind enthalten, aber wie viele Vitamine wirklich, also, ich kann dazu... Du hast keine Angaben. Ja, also, es ist ein großes Spektrum an Vitaminen enthalten, aber... Durch das Verfahren, das Kaltpressverfahren. Genau, bleibt das erhalten, aber wie viel Milligramm oder wie viel Wirkstoff-Vitamine drin ist, das dazu habe ich kennengelernt. Und das Verhältnis, so viel von dem, so viel von dem, das ist nicht bekannt in dem Sinne. Nein. Okay. Weil, durch dieses Verfahren, was wir das letzte Mal schon besprochen haben, ist das ja ein sehr schonendes Verfahren, sozusagen, bei minus 28,4 Grad, glaube ich, gelernt, wird quasi das Kaltpressverfahren gemacht. Und wir haben ja auch vor, falls wir uns irgendwann wieder mal treffen dürfen, dass wir auch einen Workshop machen zu dem Thema, wo man dann auch diese Maschine, sozusagen, oder diese Destilliermaschine, oder wie heißt das, dass man die auch gemeinsam baut. Aber man kann damit auch andere Dinge dann anstellen, wie Seifen machen, oder, keine Ahnung, also aus allem Möglichen kann man ja noch Destillate sozusagen machen mit diesem Verfahren. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist immer richtig geplant, aber man weiß ja nicht, wie es jetzt da... Also, das Lavor, was unsere Destillate überprüft, toxikologische Befunde erstellt, wir haben gesagt, Sie haben noch nie eine Reichenheit von 39,9 Prozent. Okay. Okay. Das erste Mal jetzt. Ja, das ist toll, ja. Und vor allem die Überprüfungen müssen ja fortlaufend gemacht werden und so weiter. Ich habe ja diese Berichte auch. Und ja, sehr spannend, ja. Ist das deine Frage, Raimund, oder hast du... Ich möchte noch einen kurzen Anschluss dran, ja. Ja. Wir nehmen es ja im Moment so, wie ihr es geschrieben habt. Ja. Etwas weniger morgens, etwas mehr abends. Passt ganz gut. Ja. Jetzt fragt meine Frau aus im Hintergrund, kann man es auch übertreiben? Ja. Der Verkäufer sagt immer ja, aber der irdische Mensch, gerade in der Corona-Zeit jetzt, wo wir auch ein bisschen betroffen sind. Sie können gerne etwas mit der Dosierung spielen, weil es gibt in dem Sinne keine Überdosierung. Okay. Da müsstest du schon ein Liter austrinken bei einer Überdosierung. Ja, das wollen wir nicht packen. Das wäre auch zu teuer. Ja. Da kann man schon spielen und es gibt keine Nebenwirkungen und die Überdosierung ist unmöglich, weil so viel trinkt keiner von CWD-Öl. Wunderbar. Danke. Frage beantwortet. Jetzt bin ich fertig. Danke, Raimund. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben ja wunderschöne Folder mittlerweile anfertigen lassen. Also ein wirklich schönes Prospekt. Ist ja auch im Download-Bereich vorhanden und man hat es in der Telegram-Gruppe. Da möchte ich euch nochmal herzlich einladen, auch zu unserer Telegram-Gruppe zu kommen, weil dann kriegt man immer als erstes die Informationen und kann es dann posten und schickt die Links auch weiter. Es wird ja immer wieder jetzt rausgeschickt. Und ich glaube, dieses Prospekt ist wirklich sehr, sehr schön gelungen vom CWD-Hampföl. Natürlich. Ich hoffe, das hat schon jeder mal jetzt gesehen. Gut. Dann haben wir noch eine Frage. Thorsten, hast du noch eine Frage jetzt oder ist die Hand noch? Ja, jetzt bin ich doch nochmal zu einer gekommen, weil Raimund das auch nochmal angesprochen hat. Ich habe meiner Mutter jetzt so einer CWD-Tropfen geschenkt und die hat eben Schlafprobleme. Bei Corona ist es das Beste, dass man die meiste Zeit schläft. Aber wie viele Tropfen sollte man nehmen? Abends? Morgens? Wie war das jetzt die Wesenheit nicht mitbekommen hier so richtig im Auto? Gibt es da ein Geheimrezept? Also, du warst akustisch bei uns zumindest. Das ist jetzt schwer zu verstehen. Aber ich glaube, die Frage war, wie viel war das Tropfen Sinn machen und wie viel abends? Also, ich gehe persönlich nach den Angaben, die ihr uns gegeben habt, die funktionieren. Okay. Habe ich nicht gelesen. Könnt ihr mir ganz kurz sagen, was das war? Wie viel? Mhm. Also, sie können ihren eigenen Körper erforschen. Und es ist nur wichtig, in der Früh etwas weniger zu nehmen, am Abend etwas mehr bei CBD in größeren Mengen Schlafsäuern. Und in kleineren Mengen wird es anregend. Und wie man sich selbst am besten fühlt, das muss man selbst ausnehmen. Und es gibt keine Nebenwirkungen, also kann man auch spielen mit der Dosis. Aber einfach so oral, auf der Zunge, drei Tropfen oder so, ja? Ja, unter die Zunge. Unter die Zunge, ja. 20, 30 Minuten auf der Zunge lassen. Ja, ein bisschen einwirken lassen sozusagen, ja. 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 Ist die Frage dadurch, beantwortet? Einwandfrei, ich danke euch nochmal, ja. Tschö. Das seht ihr jetzt noch einmal das Prospekt vom Hanftea, von den Mischungen, ja. Kannst du vielleicht noch ganz kurz, weil ich es da gerade sehe, zu diesen vier Sorten was sagen, was sind da so die Unterschiede von diesen vier verschiedenen Hanfpflanzen? Also wir bauen vier verschiedene Genetiken von CBD-Hampfpflanzen an. Und jede Genetik hat ein eigenes Spektrum an Cannabidiol. Mhm. Und wir haben uns dafür entschieden, beim D alle vier Pflanzen zusammen zu mischen, damit wir ein bestmögliches Spektrum erhalten. Mhm. Mhm. Sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, das ist, muss man diese Pflanzen räumlich trennen, oder wie kann man sich das vorstellen, beim Anbauen? Nein, eigentlich. Also die können nebenan wirklich existieren? Die können nebenan wirklich existieren. Okay, ja. Ja, das ist da sehr schön. Also ich habe da gar nicht gewusst, dass es da so verschiedene... Da sieht man auch die Farbunterschiede. Ja, sieht man, ja. Da ein Prospekt. Und die Namen, die sind sozusagen, also ich habe mich davor früher nicht so beschäftigt damit, aber das sind so die gängigen Sorten sozusagen, die man da verwenden kann. Ausgezeichnet. Ja, dann haben wir noch eine Frage. Der Manuel, hast du die Hand noch immer von früher oben, oder ist das eine neue Frage von dir? Vielleicht diesbezüglich eine kurze Anregung, oder gibt es eine Möglichkeit, weil es wird ja... Es kommen ja Erfahrungsberichte immer regelmäßig rein. Ja. Und vor allem bewegt sich das ja langsam ein bisschen in eine andere Richtung jetzt, da langsam kommt mir vor. Das heißt, wir werden immer wieder mehr Erfahrungsberichte bekommen. Kann man die irgendwo bündeln? Schlagwort vielleicht geheime, irgendeine so geheime Facebook-Gruppe oder geheime Telegram-Gruppe oder generell einen Kanal, wo wir diese Erfahrungsberichte auch reinschreiben, die wir sammeln. Und speziell mit diesen Kanalins-Produkten, wo man zurückgreifen kann und wo man diese Erfahrungswerte auch teilen kann. Ich weiß, dass gewisse Heilaussagen oder Gesundheitsaussagen immer sehr, sehr schwierig sind. Aber ich kenne das von anderen Herrschaften, die haben einen irrsinnigen Erfolg damit. Sie prüfen zwar sehr genau, wer dazu zugreifen kann. Ja. Und es muss wahrscheinlich eine eigene Schulung diesbezüglich geben, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man da irgendwo bündelt und wie wir das bewerkstelligen können. Ja gut, wenn zum Beispiel ein Kunde jetzt, so wie der Andreas oder der Raimund oder irgendwer, Erfahrungen von sich selbst erzählt, glaube ich, das kann nicht so problematisch sein. Ja, weil, was ich selbst erlebt habe, das kann ich ja erzählen. Genau, so wie die meisten Mediziner sind. Naja, das wäre aber gut, einfach schriftlich zu bündeln. Vielleicht auch mit Namen am nächsten Tag, die und die Erfahrung habe ich. Hüther Manuel hat das und das, also mir ist es dort so oder so gegangen, das ist mein persönlicher Erfahrungsbericht und das einfach mit 10, 20 Zeilen oder sowas, was passiert ist, wie es mir dahinter gegangen ist, mit meinen Namen und das dann zu bündeln. Also, dass man aber einen Geschäftspartner zugreifen kann und sagen kann, die Produkte sind geil, der Hüther Manuel sagt, er hat das und das damit erlebt. Ist eine gute Idee. Da brauchen wir natürlich eure Unterstützung dazu. Das heißt, wenn wir von euch die Informationen bekommen, das kann jetzt per Telegram sein, wir haben ja eine Firmen-Telegram-Nummer oder das kann sein auf die Welcome-Adresse, am besten per E-Mail. Dann würden wir das sammeln und würden das dann öffentlich stellen. Ihr müsst alle nichts dazu schreiben. Was darf man draufschreiben? Also den Namen und vielleicht sogar eine E-Mail-Adresse, wo man nachfragen kann, wenn jemand da was fragen möchte oder so. Das ist vielleicht insofern eine Möglichkeit oder Anregung. Ich sage jetzt noch zwei, drei Sätze dazu. Aufgrund dessen einer der größten CPT-Hersteller, der nach Ungarn gekommen ist, über, ich weiß nicht genau, wo der hergekommen ist, aber über Ungarn nach Europa, die verkaufen das meiste nicht, weil sie einen tollen Shop haben, sondern weil sie eine geheime Facebook-Gruppe haben, sich dort untereinander feiern wie die Einser, weil die solche Erfolge haben und aufgrund dessen gibt es irrsinnig geile Bestellungen. Naja, und du bist der Spion in dieser Gruppe, offensichtlich. Das ist gut. Ja, ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gehört. Ist nicht klar, das haben wir alle nur gehört. Ich bin ja nicht 100% für die Plus4 tätig, aber ich bin ja jetzt bei keinem anderen CPT-Vertrieb tätig, aber Fakt ist, dass mir das zugetragen wird und ich mich sehr wohl informiere. Ja, ich weiß, was du meinst. Das heißt, du meinst so eine Art Telegram-Gruppe, wo man die Teilnehmer kennt und wo man ein bisschen schreiben kann. Am einfachsten wäre natürlich, wenn man die Berichte per E-Mail reinkommt mit Name, mit vielleicht E-Mail-Adresse oder wenn jemand will die Telefonnummer dazu und das dürfen wir dann online stellen. Eine kurze, also eine Genehmigung einfach, dass wir es online stellen dürfen. Dann wird man auf so eine Rubrik oder einen Download-Bereich für das einrichten. Ja, wo man sagen kann, Erfahrungsberichte, da kann ich das nachlesen und da stecken reale Menschen dann dahinter. Also das ist ganz einfach realisierbar, aber da brauchen wir jetzt von euch natürlich dann diese Feedbacks. Also wir haben ja heute schon zwei, drei gehört und wenn ihr das kurz uns schreibt, dann wird man das sammeln und dann, wenn wir mal eine Seite beieinander haben, dann veröffentlichen. Ja, aber guter Hinweis. Danke, Manu. Bitte, bitte. Also ich bin nicht tätig als Spion, gell, nur zu wissen. Wenn von meinem Daily Business geht, aber ich bekomme jeden Tag die Ohren voll, in diesem Sinne. Ja, verstehe ich. Pass auf, ich habe da jetzt noch einen Folder, den habt ihr sicherlich auch schon gesehen, das ist eben die Hanf-Creme. Ist ja auch auf der Telegram-Gruppe und im Download-Bereich drinnen. Und da sieht man ja so schön angereichert mit Hanföl auch. Und ja, also ich glaube, optisch kann man das schon herzeigen, kann man auch weiterschicken und ihr habt ja im System einen persönlichen Produktlink drinnen von jedem einzelnen Produkt. Das heißt, wenn ihr jetzt Postings macht auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, immer den persönlichen Link immer dazugeben, weil die Leute sind ja bequem, die sehen was. Wo kann ich bestellen? Und dann will ich einen aufdrücken, nicht? Und das müssen sich die Leute einfach machen. Das ist ein bisschen Arbeit. Aber ich bin ja auf Facebook auch sehr aktiv und ich bestelle auch sehr viele Dinge auch. Und mir passiert es immer wieder, dass ich auf Facebook, ich kriege ja tausende Werbungen jeden Tag. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und dann, manchmal ist doch etwas dabei, speziell im Elektronikbereich, aha, das ist interessant, drücke ich drauf, zack, und dann bestelle ich mich. Bestelle ich das. Da erwische ich mich jeden Tag selber. Und das vermisse ich. Das vermisse ich von vielen Partnern. Wir haben so tolle Fotos. Wir haben wirklich Links drinnen. Wir haben es wirklich da, nur man muss es nehmen, kopieren und dann jeden Tag einmal einen Post ablassen. Oder jeden zweiten Tag. Weil wenn es jemandem erzählen will, dann wird er euch eh entfreunden oder euch nicht mehr folgen oder was auch immer. Aber ich sage einmal, wenn man es immer wieder sieht, so wie jetzt, es gibt ja jetzt diese Werbung im Fernsehen, egal was man, für einen Kanal anschaut, gibt es ja diese C-Werbung. Sagen wir mal, nicht hohes C, sondern das andere C. Und das hört man den ganzen Tag. Also ich nicht, weil ich schalte das nicht ein. Aber genau diese Psychologie, die noch dahintersteckt, die sollte ein bisschen mehr benutzt werden, weil die Produkte sind so gut, sind wirklich top. Und es könnte da jetzt wirklich eine Lawine abgehen, sage ich einmal. Wir haben heute schon Erweiterungsmöglichkeiten sondiert, was wir da noch machen könnten in der Zukunft. Aber das wäre halt von unserer Seite sicherlich eine Anregung, dass man da ein bisschen schaut, dass man jetzt diese schönen Prospekte mit dem eigenen Link einfach zu den Menschen bringt. Ja, da muss sich jeder selber entscheiden, ob er dann was bestellt oder nicht. Gut. Gibt es jetzt dazu noch weitere Fragen? Weil ich habe da noch ein Prospekt, das muss ich da noch einblenden. Waren das die Fragen schon alle? Hat noch jemand die Hand oben? Nein. Keine Fragen. Okay. Gut. Dann haben wir ja noch Produkte jetzt, die wir jetzt vorstellen. Und zwar, wir haben ja gerade jetzt eben freigeschalten, ein wunderschönes, das kann ich einblenden auch, wenn ich das Foto finde. Moment einmal. Da haben wir das Prospekt, das werden wir weg tun. Wir haben ja ein Paket geschnürt. Ja, ein wunderschönes, wir nennen es, wir nennen es das Hanf-Sparpaket. Ja. Also wir haben da wirklich gerechnet und herum experimentiert, wie könnte man so eine Art Starterpaket oder so ein Einsteigerpaket schnüren, was leistbar ist, aber doch wirklich einen großartigen Inhalt hat. Ja. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Das haben wir gerade eben online gestellt. Ist übrigens in der Kategorie Lebensmittel zu finden. Und zwar deshalb, weil da ja einige Produkte dabei sein werden, die eben in diese Kategorie hineinfallen. Ja. Also ich habe da jetzt ein Foto gefunden. Das ist der, das werden wir einblenden jetzt. ein wunderschönes Starterpaket und zwar Bildschirmübertragung. Und das muss jetzt da gerne natürlich ein bisschen erklären, was da alles für schöne Dinge da dabei sind. Bei diesem schönen Paket. Also als erstes ganz oben links haben wir das Hanf-Pesto. Pesto. Ich habe es schon gekostet. Sensationell. Ja. Also mit Nudeln und, oder auch als Brotaufstrich. Ja. Also das ist wirklich, also sensationell. Aber bitte. Ja. Das Hanf-Pesto ist eine Mischung aus Hanföl und Hanfsamen. Und ja, dazu wird es ja, die nächsten paar Tage gibt es da noch Links so Rezepte, was man damit alles machen kann. Und man kann es selber verfeinern mit Knoblauch oder mit Nudeln als Aufstrich, alles Mögliche. Also da läuft mir jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen. Ja. Jetzt braucht man noch Fotos von fertigen, weißt du, von den Nudeln da, wo das drinnen ist. Also so fertige Fotos. Gibt's schon. Gibt's schon. Ja. Das werden wir posten. Ja. Wollen wir euch schicken. Also das Hanf-Pesto kann ich jedem richtig empfehlen. Wir haben es da in diesem Paket jetzt mit eingebaut. Ich habe das schon seit einiger Zeit dürfen testen. Ja. Also schmeckt wirklich sehr gut mit Nudeln und so. Sensationell. Kannst du zum Besten noch, gibt's da noch Empfehlungen oder kannst du erzählen, wie ihr das herstellt oder was macht ihr da genau? Wie seid ihr auf das gekommen? Das sind gepresste und gemahlene Hanfsamen, vermischt mit Hanfsamen Öl. Kalt gepresst natürlich. Und man sollte das auch, also jemand, der vielleicht mit diesem Hanf-Pesto nicht kochen will, sollte das trotzdem zur gesundheitlichen Vorbeugung einnehmen. Jeden Tag zwei Löffel, zwei D-Löffel. Also hat er auch eine gesundheitliche Variante. Ja. Sehr, sehr effektiv als Vorbeugung. Ja. Sehr gut. Ja, also nicht nur geschmacklich, sondern auch gesund. Die Lagerung, wie würdest du das lagern? Im Kühlschrank oder? Das würde ich im Kühlschrank lagern. Okay. Ja. Das Beste also nicht zu warm, sondern im Kühlschrank. Das ist also links oben das erste Produkt. Dann haben wir hier noch, daneben ist eh das CBD-Hampföl, 30 Milliliter. Ja. Dann das 10 Milliliter. Dann haben wir hier die Hanf-Creme, die wir schon besprochen haben. Ja. Und die Baumbech-Salbe. Und zur Baumbech-Salbe, ja, zeige ich euch dann noch den Folder. Das haben wir eh schon besprochen. Dann haben wir den D drinnen, ja. Und welcher D ist da jetzt dabei? Die Premium-Variante, ja, oder? Welcher haben wir da dabei? Ja, die Premium-Variante. Also da ist die Premium-Variante eben drin. Da gibt es ja drei Abstufungen. So. Aber da sind jetzt noch drei Produkte drinnen, die ja nicht einzeln zu kaufen sind momentan noch. Ja. Sondern nur eben in diesem Hanf-Startpaket sozusagen drinnen sind. Und kannst du das kurz erzählen? Was ist das da? Okay. Links unten haben wir auch kalt gepresstes Hanfsamenöl mit Kürbiskernöl. Wow. Also da hat man einfach den Geschmack von Kürbiskernöl mit dem nussigen Geschmack von Hanföl. Also ich weiß nicht, ob in Deutschland das Kürbiskernöl bei uns hier aus Österreich so bekannt ist, gell? Ja, weil da kenne ich mich zu wenig aus, ob man bei euch das kriegt. Raimund zum Beispiel, kennst du eigentlich das Kürbiskernöl aus Österreich? Das ist wirklich geschmacklich, ja, also von mir aus ist das eines der schönsten und besten Öle, die es überhaupt gibt. Kennt man das in euren Gefilden überhaupt? Ja. Ja, meine Frau hört ja mit und die ist mehr für die Küche zuständig als ich. Die hat Nein gesagt. Ist nicht gekannt. Das ist interessant, weil das Kürbiskernöl ist nicht überall in Deutschland bekannt. Kürbiskernöl als solches kennt man, aber jetzt ein spezielles aus Österreich nicht unbedingt. Ja, das ist bekannt. Okay, okay, ja. Thorsten, hast du, natürlich, der Thorsten, der ist ja ein Fan, der ist ja so oft in Österreich. Wenn ich mit ihm essen gehe, ist immer Kürbiskernöl dabei, nicht? Und da haben wir halt jetzt, Thorsten, stimmt das, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, du, aber ich wusste noch ja nicht so lange, wie ich zu euch schon rüberkomme. Und auch für die Mineral-Gesellschaften kannte ich es nicht. Und ich war letztens, bin ja mit Martin hier zusammen im Auto, da waren wir bei unten Bauern, der so, wo du letztens auch sagtest, so frei verkauft, weißt du? Und der hat mir einen Kürbiskern mit dir gegeben, Öl. Also, ich mache nicht nur einen Salat, ich dusche schon damit. Das ist so lecker. Und die Kombination eben jetzt, der Kürbiskernöl mit Hampf ist mir auch neu, muss ich sagen, habe ich noch nie, leider habe ich jetzt keines gekriegt von euch heute zum Testen. Sonst hätte ich das nächste Mal schon etwas erzählen können, aber auf das freue ich mich auch schon. Ja, noch eine kleine Empfehlung zu dieser Ölmischung. Sie schmeckt sehr gut auf Vanille-Eis und auf Walnuss-Eis. Es ist eine gewagte Kombination natürlich, weil auf Eis ein Kürbiskernöl mit Hampf draufgegeben wird. Lecker. Die Idee muss man mal haben, aber lass ich mal probieren. Lass dich überraschen. Lecker. Lecker, ja genau. Ja, sehr gut. Das ist das Hampf-Kürbiskernöl. Wie viel Milliliter? Weißt du das auswendig? 250 Milliliter. Die Beschreibung ist schon online. Also, im Bereich Lebensmittelkategorie haben wir das drinnen. Und da könntest du das auch schon bestellen. Und die Regie, da hinten sind ja 100 Leute jetzt da, und die warten schon aufs Verpacken. So, dann haben wir aber noch ein Produkt da. Wir haben da das Mittlere. Was haben wir da Schönes? Das ist eine Chilisauce, die wird produziert von einem Partnervertrieb in Slowenien. Betrieb. Partnerbetrieb, ja. Und das wird biologisch her bestellt. Die Chilis werden selbst angebaut. Das Grüne ist nicht scharf, also sehr mit Schärfe. Sehr intensiven Chiligeschmach. Wo würdest du das einsetzen, oder wo würdest du das dazugeben? Nudel, Pizza, wo ein Chili dazu passt. Ja, sensationell. Also da kriegt man wirklich jetzt am Hostag, wenn man das da anschaut. Vielleicht ist es nicht scharf, es ist nur ganz wenig scharf, aber einen sehr extremen, intensiven Chiligeschmach. Da bin ich sehr gespannt. Also nicht so extrem scharf mit den Totenköpfen drauf. Wenn noch, da ist so ein Fan von dir, da brauchst du ein Feuerlöscher nachher. Ja, okay, dann wird es sehr spannend werden. Und das Hanfsamenöl, von dem wir ja vorher schon kurz gesprochen haben, das ist jetzt exklusiv in dieser schönen Verpackung auch da mit dabei ist. Genau, das Hanfsamenöl wird aus der männlichen Hanfpflanze, aus der Samen der männlichen Hanfpflanze gepresst. Ausgezeichnet. Und das ist quasi für Salate und für... Für Salate, genau. Ja, zum Kochen, also es sollte nicht heiß gemacht werden, also es ist nicht temperaturbeständig. Okay, also nicht temperaturbeständig. Und du hast vorher gesagt, man kann es zum Beispiel beimischen bei, was haben wir vorher gesprochen, wo du das Hanfsamenöl... War das beim Tee? Bei was machst du? Das Hanfsamenöl sollte immer zum Tee gegeben werden, damit sich das CBD besser aus dem Blüten und dem Wetter löst. Also das heißt, du würdest da direkt während dem Kochen ein paar Tropfen dazugehen? Genau. Ein, zwei Tropfen maximal. Also das reicht schon, damit sich... Vielleicht schreiben wir das noch in die Beschreibung dazu. Das steht da drinnen. Das steht da drinnen, ja. Das steht da drinnen, ja. Ah, das steht da drinnen, ja. Okay. Ja. Ausgezeichnet, ja. Ja, super, ja. Also, das ist ja jetzt ein Paket. Das ist ja wirklich... Schaut ja sensationell aus und lecker. Es sind schon einige vorbereitet worden. Und ihr habt euch ja auch Gedanken gemacht über den Preis, weil wir haben ja gesagt, wir wollen da wirklich so ein Einsteiger-Hampf-Paket und so eine Special Edition machen. Und ihr habt es da vom Preis wirklich auch... Seid ihr uns da sehr entgegengekommen und unseren Partnern auch. Ähm, ja. Was kannst du zum Preis noch sagen? Was kostet das jetzt endgültig? Ich meine, es ist eh schon im Shop drinnen, ja. Ich habe es da schon aufgerufen. Ähm, wir haben ja da einen Spezialpreis. Das heißt, wenn man die Produkte einzeln kaufen würde, ja, dann würde das, ja, einiges kosten. Aber so haben wir einen Rabatt draufgegeben von immerhin, ich habe es mal ausgerechnet, 16,38%. Ja, ja. Also, das heißt, wenn man die Produkte mit einzeln zusammenrechnen, haben wir jetzt einen Paketpreis gemacht, der 16,38% reduziert ist. Ja, vielen Dank dafür. Und da liegen wir jetzt bei 355 Euro. Ja, 355 Euro ist das drinnen. Und ist ab sofort, also wir haben da vorher noch wirklich das eingepflegt und ab sofort bestellt worden. Ja. Ja. Ausgezeichnet. Haben wir jetzt ein Produkt vergessen? Nein, haben wir nicht, oder? Haben wir noch irgendwas, was wir heute noch nicht erklärt haben? Aber ich glaube, das wird ja für die Zukunft noch nicht alles sein, weil ich habe es ja innovativ, ich habe es immer wieder Ideen und so, was man auch machen kann. Also es kommt da noch einiges nach, aber wir brauchen ja dann einen Stoff noch für die nächsten Interviews und so. Und ja, ich habe die Gelegenheit jetzt, wie gesagt, noch Fragen zu stellen zu diesem Thema, zum Hanf oder zu diesen Produkten, die da jetzt da drinnen sind oder zur Baumbechsalbe, die möchte ich auch noch kurz einblenden, weil da habe ich gerade das schöne Prospekt jetzt hochgeladen. Das haben wir hier irgendwo. Gibt es zu diesem Themenbereich jetzt da eine Frage, was euch interessiert? Das möchte ich wissen. Ja, der Raimund hat wieder die Hand ab. Raimund, bitteschön. Ganz einfache Frage. Befalldatum, Haltbarkeitsdatum? Von den CBD-Ölern, das Haltbarkeitsdatum. Im Paket. Von den Produkten im Paket. Im Paketsdatum. Sechs Monate, bei die Öle ein Jahr. Öle ein Jahr und Creme sechs Monate. Okay, ja. Also die Salben, Creme, nächstes Monat. Wie gesagt, es gibt keine chemischen Zusatzstoffe, deshalb sind auch die Mindesthaltbarkeit begrenzt. Die Mindesthaltbarkeit, das heißt aber nicht, dass es nachher gleich kaputt ist. Nein, es hält natürlich noch länger, aber man muss es irgendwo hin. Ja, ja. Okay, gut. Und man kann auch sagen, wenn man es natürlich kühl lagert und so, dann hat es natürlich auch direkt in die Sonne bestellt und so. Also ich habe es mit meiner Familie in meinem Büro auch stehen. Nimm es, also das Öle, weil ich zu faul bin, immer zum Kühlschrank zu gehen. Aber ich habe da also bei so einer Monatsration bis jetzt nichts festgestellt, dass ich da etwas verändert habe. Obwohl ich es eigentlich unter Bürotemperatur gelagert habe. Und bei der Bombe weiß man nicht, wann sie abläuft, weil die Älteste, die es gibt, die ist 200 Jahre alt. Ja, aber man muss es draufschreiben, ich habe da einmal so ein Himalaya-Salz gekauft. Das war, weiß ich, 30 Millionen Jahre alt und da ist draufgestanden, in drei Monaten läuft das ab. Also ich habe Glück gehabt, dass ich gerade noch bei den 30 Millionen Jahren rechtzeitig zugeschlagen habe. Ja, aber verrückterweise draufstehen. Ja, aha. Das ist unmittelbar beim Pesto. Bitte? Beim Pesto? Auch diese sechs Monate? Beim Pesto? Ja, das Pesto, das hält auch sechs Monate. Auch sechs Monate, ja. Okay, danke. Ja, ein Jahr ist aber auch kein Problem für das Pesto, weil es ist ja durch das Öl, das enthalten ist, konserviert. Okay. Das ist ja nicht nach oben. Das ist ja, da bleibt, also wir gehen davon aus, dass das so lange nicht vorhanden sein wird, wenn ihr das zuhause habt. Also bei mir hat das keine zwei Wochen überdauert, ja. Aber nicht, weil es schlecht geworden ist und am besten einmal da war. Ja. Ja, da sind noch im Chat Fragen, aus welchem Land werden die Rohstoffe bezogen? Beziehungsweise gibt es auch schriftliche Qualitätsbestätigungen? Unsere Rohstoffe werden zu 90 Prozent aus Kärnten bezogen. Cool. Den Hanf bauen wir ja selber an. Die Zusatzstoffe werden aus Kärnten bezogen und das Einzige, was aus dem Ausland kommt, ist das Olivenöl. Das kommt von einem Bauernhof, also von einem Bauer, den wir persönlich kennen, aus Griechenland. Und wo sollen wir noch da stehen? Ja, natürlich, es gibt ja auch die Testberichte, aber die liegen uns selbstverständlich vor. Also sollten wir behördliche Kontrollen oder irgendwas einmal haben, dann haben wir das. Kannst du dazu noch was sagen? Wie laufen so die Tests ab? Wie funktioniert das? Also es gibt Stichproben-Tests. Also den Zeitablauf entscheidend nicht wir, dass sie entscheidend nicht mehr werden. Und da werden toxikologische Profile erstellt, dermatologische Profile werden erstellt und diese Ergebnisse, die müssen natürlich gebraucht werden. Genau. Das haben wir, aber sonst dürfte man sie ja nicht online stellen. Welchen Duft strahlt die Hanfcreme aus? Wir haben die Hanfcreme sehr neutral konzipiert, weil Parfums wollen wir nicht drin haben in einer Creme. Ätherische Öle sind nicht für jeden geeignet, können Allergien auslösen. Und wenn die Sonne auf die Haut strahlt, sind ätherische Öle oft nicht geeignet. Und deswegen haben wir sie einfach sehr, sehr neutral gestaltet. Und unser Konzept ist es eigentlich, desto weniger Du drinnen hast in der Creme an Zutaten, desto besser. Es sollte einfach alles simpel gehalten werden. Der Körper ist nicht kompliziert. Warum sollen es die Produkte sein? Ja, eben. Also ich finde auch, die Natur hat eh wunderbare Produkte. Da muss man dann extra noch etwas hinzufügen. Und das ist also wirklich... Also man wird es in dieser Qualität, in dieser Natürlichkeit wahrscheinlich kaum irgendwo fehlen werden. Genau. Viele geben noch Vitamine dazu, Vitamin E und das und das. Und in Wirklichkeit wirkt das alles nicht. Vitamine kommen von innen, nicht von außen. Die muss man einnehmen. Mhm. Ja, sehr gut. Dann habe ich da noch den Folder jetzt. Den haben wir noch nicht gezeigt. Von der Baumbachsalbe, gell. Also das ist auch das Gold des Waldes sozusagen, gell. Also schaut ja sehr, sehr schön aus. Wund- und Heidesalbe, kann man da draufstehen. Und ja, enthält große Mengen an verschiedenen Terpene. Kannst du noch etwas kurz erklären? Was ist eine Terpene? Also ich bin doch kein Experte auf dem Gebiet. Terpene sind eigentlich Geruchsstoffe. Mhm. Und zum Beispiel für Polenallergiker können gegen diese Terpene, die in einem Baumtritt sind, allergisch reagieren. Also ich würde diese Salbe für Polenallergiker nicht empfehlen. Aber wir haben Polenallergiker, die nutzen diese Creme, aber nicht an sehr weichen Hautstellen. Nur an eher raueren Hautstellen. Okay. Ja, ausgezeichnet. Gibt es von eurer Seite, da ist nochmal die Hand oben vom Sachsen-Andreas. Bitteschön. Ja. Ich habe eine Frage. Die Webseite, die dort aufgedruckt wird, www.kanalint, da kommt immer eine andere Webseite. Ist das gewollt oder warum ist das so? Das führt zur Verwirrung. Momentan befinden sich mehrere Webseiten im Aufbau und wenn das alles fertig ist, dann wird das miteinander verlinkt und dann wird man immer auf die richtige Webseite weitergeleitet, automatisch. Aber das befindet sich gerade in Arbeit. Also schauen wir natürlich, dass Sie sich um die Produktion kümmern, dass das eine gute Qualität von den Produkten ist. Und wir haben schöne Folgen gemacht und die Informationen auf unserer Seite. und ja, also wie gesagt, das ist unser Part. Also für euren Part kann ich nicht sprechen. Genau. Aber mir ist wichtig, dass die Produktqualität stimmt und bei uns die Aufmachung und so weiter. Also momentan alle Informationen, die benötigt werden von den Kanadienprodukten, findet man bei Blas vor. Genau. Ja. Ja. Andreas, sonst noch eine Frage? Gut. Dankeschön. Gut. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Wo bist du unterwegs? Im Zug, oder? Was ist das? Im Zug. Ich bin jetzt, ich bin von München nach Thurgau, fahre ich jetzt. Oh, okay. Ich bin jetzt gerade in Halle umgestiegen. Ah, okay. Man hört fast gar nichts. Also das ist wirklich eine schöne, angenehme Reise. Man hört nichts von dir. Also gute Qualität. Wir sehen, wie funktioniert. Okay. Ja, ausgezeichnet. Ja. Gibt's von dir, von deiner Seite, Gernot, gibt's da noch irgendwelche Dinge, die dich interessieren oder deine Wünsche oder Vorschläge oder irgendwas, wo du sagst, okay, was würdest du dir so wünschen von unseren Partnern? Ja, eigentlich. Wunsch lass glücklich. Außer, dass ich jetzt ordentlich einmal bestelle, dass ihr mit dem Verpacken nicht mehr nachkommt. Ja. Also das wäre, das wäre ein Wunsch von uns beiden, nicht? Jetzt, nicht? Dass da im Hintergrund die Schachteln blühen, nicht? Weil wir haben jetzt alles wirklich vorbereitet, schöne Pakete zusammengestellt und so weiter. Und jetzt gehört das halt rausgetragen. Ja, also wirklich ordentlich Gas geben. Weil, wie gesagt, es gibt da draußen, so wie es auch der Manuel schon gesagt hat, Tausende, die auch gewisse Produkte anbieten. Ich will da jetzt auch nichts werten oder irgendwas. Aber diese Qualität, also das ist bei mir natürlich vor Ort da, vor der Haustür. Ich kenne das auch. Vorher war, da habe ich noch eine Frage gesehen, ob man vielleicht einmal einen Besuch abstatten kann. Also es wird natürlich nicht gehen, wenn dann busseweise dann Leute hinkommen und so, weil die müssen ja arbeiten. Aber was wir machen werden, wir werden einmal, ich besitze ja auch eine schöne Drohne, und da kann man dann wunderschön dann drüber fliegen, über die Gefilden dann, wenn es das Frühjahr dann und die Pflanzen, ich weiß nicht, ob wann ist das sinnvoll dann, wenn die Pflanzen schon ein bisschen herauskommen, so im Mai oder was weiß ich wahrscheinlich. Nein, nein. Später? Ja, später. Also Mitte Sommer. Mitte Sommer, da werden wir ein cooles Video dann machen auch, also von dem, dass man das sieht. Aber natürlich die eine oder andere persönliche Führung, wenn natürlich im Hintergrund die Zahlen stimmen, ja, also so für die Hot-Sailer, sagen wir mal so, wenn man dann uns was überlegen kann. Und es ist auch in Planung eine Webcam aufzustellen, und damit die Leute den Pflanzen leicht zuschauen können, beim Wachsen, wie sie bearbeitet werden, wie alles gemacht wird. Im Zeitraffer, diese Dinge wachsen ja ganz schön, habe ich gerade heute gehört, also die können ja riesig werden. Ja, also die Hochsang kann also eine Ampfpflanze sein, was habt ihr da für Erfahrungen? Wir schneiden sie, wir halten sie niedrig, aber bis zu sechs Meter. Bis zu sechs Meter werden die Dinger hoch, ja. Ja, die kriegt ja dann so einen richtigen Stamm, den würde ich mit der Motorsäge dann bearbeiten, ja. Auch interessant, ja. Ja, sehr spannend. Ja, meine Herrschaften, also ihr habt jetzt die Prospekte, ihr habt jetzt ein wunderschönes Sparpaket drauf, ein tolles. Und, aha, die Regina hat noch eine Frage, es ist noch die Hand da oben, bitte, Regine. Hört ihr mich? Ja, natürlich, sehr gut, sehr gut. Okay, ich hätte mal eine Frage. Die Handpflanze hat ja, wenn ich höre, sechs Meter hoch, ein enormes Chlorophyllpotenzial, gell? Ja. Und, ähm, kann man nicht aus den Blättern auch, ähm, so Pulver, grünes Pulver machen in Rohkostqualität, wie Gärstengraspulver zum Beispiel? Äh, erstes Mal aus dem, äh, durch das Chlorophyll kommt ja der bittere Geschmack des CBD-Wöls. Und, äh, natürlich, das Chlorophyll steckt, am meisten davon steckt in die Blätter, das kann man im Tee herauskochen. So, und, ähm, Bitterstoffe in einer Mixtur wird es demnächst geben, aber nicht nur aus der Handpflanze, das wird natürlich schön. Okay. Ja, ich habe gedacht, so wie Gärstengraspulver, dass man das dann zu Smoothies, Smoothies mit dazu, äh, mixt, dass, äh, ja, fürs Wohlbefinden einfach die, die grüne Power da noch, äh, mehr genutzt werden kann. Okay. Da gibt es keine Erfahrung. Weil Smoothie, äh, meine Tochter hat jetzt auch kurz ein Gerät gekauft, macht aus allem Möglichen, äh, das wäre vielleicht auch keine Idee, ja. Danke für den, danke für die Anregung, ja, Regine. Ja, weil, äh, da ist ja so viel Masse da, ja, das kriegt man ja mit Gärstengras, äh, glaube ich, lange nicht so, so hin. Gute Anregung, ja. Wo kommst du her, Regine? Aus Thüringen. Thüringen, ausgezeichnet. Und ich freue mich einfach über, äh, die vielen Innovationen, die aus Österreich kommen. Ja, das freut uns auch, also, auch wenn man längere Zeit nichts gehört hat, wir haben im Hintergrund wirklich intensiv gearbeitet, weil es braucht immer Vorbereitungszeit und bis das dann alles online ist, also es wird da wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Wir haben da im Team einiges zu tun gehabt, äh, rund um die Uhr und natürlich schauen wir immer, dass wir hochqualitative Produkte auch hier aus unserer Region auch, äh, unseren lieben Freunden in Deutschland auch zukommen lassen und so, weil die lieben ja auch die, die, die hohe Qualität und danke, Regine, ja, danke für das. Das finde ich, das finde ich einfach ganz toll, dass der Hanf jetzt nur endlich mal seinen Platz kriegt, den er verdient hat. Ja, genau, er war ja vor 100 Jahren schon sehr bekannt und da hat man ja Autos gebaut und, ähm, Klamotten und Lebensmittel und, äh, Hausdämmungen und alles und das kommt jetzt. So viel möglich, so viel Möglichkeiten. Genau, und gesundheitlich. Mit so einer einfachen Pflanze, ja. Genau, ja, einfachen Pflanze und jetzt gibt es halt noch Regularien, die halt leider das Ganze verteuern, weil, was ich gehört habe, wie oft man das testen muss und so weiter, aber, aber wenn die vielleicht irgendwann einmal gelockert werden, dann schaut das auch anders aus, gell, ja. Ja, und wir sind natürlich bestrebt, auch immer wieder weitere tolle Innovationen zu haben, also jetzt auch im Hanfbereich dann werden weitere Dinge kommen und wir werden auch jetzt wirklich, uns ist es ein großes Anliegen, gell, also nicht nur, also unser Forschungsverein forscht ja, wie man die Autarkie mit, äh, mit, ähm, Energie und so weiter weitgehend vorantreiben kann, aber auch, was ja sehr wichtig ist, sind auch gesunde Lebensmittel, ja, vor allem, ja, gesunde Lebensmittel und, äh, man hat ja schon gehört jetzt, dass Lieferketten da und dort anfangen ein bisschen zu stocken oder ob das bewusst herbeigeführt wird, warum auch immer und auch da arbeiten wir sehr hart im Hintergrund, dass wir jetzt wirklich Produzenten haben, wirklich ganz tolle Produzenten, Bauern, die, die, äh, jetzt auch durch unsere Plattform dann hier präsent sein werden und, wo man ganz tolle Produkte auch kaufen wird können, das wird demnächst auch kommen, ja, und, äh, und, äh, damit auch die Lebensmittelsicherheit dann gewährleistet ist, solange natürlich die Transporte funktionieren, davon gehen wir mal aus, ne, aber, wir haben ja morgen um 19.30 Uhr, morgen ist Freitag, unter dem gleichen Kanal, ähm, auch einen wunderbaren Hersteller aus Österreich, den wir morgen präsentieren werden mit, äh, das sind zwar andere Produkte, aber, da könnt ihr gespannt sein, da kommt eine Palette jetzt, die wirklich, also, ich hab das schon bei mir zu Hause auch, die wirklich mega ist und so für den alltäglichen Gebrauch, sag ich einmal, was man so, äh, braucht, aber das werden wir morgen dann besprechen und möchte heute gar nicht drauf eingehen, also ladet bitte Leute ein, morgen 19.30 Uhr, nächste Zoom, dass da wirklich viele, viele Teilnehmer auch da sind, das wird zwar eh aufgezeichnet, wir werden das dann eh wieder raufstellen auf unseren YouTube-Kanal, abonniert's auch den YouTube-Kanal, seid's dabei, schickt's das weiter, verbindet's das mit eurem Link und so, dass, dass die Leute wirklich dann einfach nur mehr Video ansehen, Klick oder Prospekt ansehen, Klick und bestellen können, ja, einfacher kann man es den Leuten nicht machen, ja. Ich hab noch eine Frage. Gerne, gerne. Ja, äh, und zwar, äh, der Hanfsamen, ähm, der ist ja auch, äh, wertvoll zum Rösten und zum Knabbern, Möhrensalat mit gerösteten Hanfsamen ist einfach der Hit, und, ähm, und dann kann man ja den Hanfsamen auch noch zum Keimen nutzen und dadurch auch noch enormes Potenzial rausholen für eine gesunde Ernährung, äh, wäre vielleicht auch noch, äh, die Idee, Hanfsamen, keimfähigen Hanfsamen mit anzubieten. Dass man Hanfsamen direkt auch mit anbietet, ja, die Regie sagt, ja, wirklich, ja, also, ja, ja, das könnte man machen, ja, also wirklich hochqualitativen Hanfsamen, ja, dass man das mit anbietet. Genau, den man dann zum Keimen nutzen kann. Bitte? Zum Keimen nutzen kann, äh, den man zum Keimen auch nutzen kann, und aber auch gleichzeitig zum Rösten und zum Schnabulieren sozusagen. Gute Idee. Wir werden da was überlegen im Hintergrund, ja, was wir da machen können, ja. ausgezeichnet. War's das mit den Fragen? Gut, wenn's das war, dann, ja, sage ich wieder herzlichen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Kommen, für, für die Innovationen, für die ganze Arbeit im Hintergrund, für die schöne Aufmachen und das alles, und, äh, es ist viel Arbeit und die Texte, und, und man muss das alles, man muss das alles machen, und, und als, 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 als Bauernbetrieb, der wirklich, ähm, hochqualitative Arbeit macht, hat man's ja bis jetzt nicht leicht gehabt, gell? Also, man hat ja alles getan, um die wegzubringen überall, und wir wollen das wieder fördern. Wir wollen es stärken, wir wollen es auch unseren Kunden direkt, also direkter geht's nicht, dass man den Hersteller direkt mit dem Kunden zusammenbringt, ohne dass da große Ketten dazwischen sind, und diese Margen, die andere abgreifen, ja, die nicht, äh, die, die, die Produzenten zu Tode quälen, dass da nichts mehr überbleibt, ja, sondern, dass jeder leben kann, aber dass trotzdem auch für unsere Partner, wenn sie weitere Empfehlungen machen, auch dann genug noch übrig bleibt, dass man motiviert ist und sagt, man kann sogar dann sich diese tollen Pakete dann kaufen, wenn man ein paar Empfehlungen macht, hat man am Wolle dann immer Geld, und kann das dann sogar, äh, im besten Fall dann gratis beziehen, oder sogar noch ein bisschen Geld damit verdienen, ja, also, das ist die Idee dahinter, und da werden jetzt tolle Produkte kommen, also, lasst euch überraschen, morgen schon geht's wieder weiter, also, wir fahren jetzt da wieder ein tolles Programm, gell? Ja, also, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, dabei sein, und Gerhard und das Team da hinten, äh, danke fürs Kommen, ja, tschüss.